Dieses Wohnhaus befindet sich in einer der beliebtesten, ruhigen Lagen im Herzen von Melle. Es ist für Selbstnutzer und Kapitalanleger gleichermaßen geeignet. Das zugehörige Grundstück ist ca. 925 Quadratmeter groß und beherbergt neben dem Garten unter anderem auch eine Garage. Das Haus besteht derzeit aus drei Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 305 Quadratmetern. Die überdurchschnittliche Ausstattung ist unverkennbar. Außerdem ist die Immobilie in den letzten Jahren laufend modernisiert worden. So wurden zum Beispiel alle Fenster und die Heizung erneuert. Selbstverständlich sind die Wohnungen nach WEG in Wohnungseigentum aufgeteilt. Neben dem gepflegten und guten Allgemeinzustand und den vielen Nutzungsmöglichkeiten ist auch die beste Innenstadtlage, nur ca. 850 Meter Fußweg zum Marktplatz, ein besonderer Pluspunkt dieses Angebots. Untertitelung des ZDF für funk, 2017